Hallo liebe Michaela, ich möchte mich ganz ganz herzlich bei dir bedanken mit diesem Video, um dir wirklich ein ganz großes Dankeschön von ganzem Herzen zu sagen für unsere 8 Wochen, die wir miteinander in unserem Coaching verbringen durften. Du hast die richtigen Fragen im richtigen Moment gestellt, du hast immer die Sensibilität an den Tag gelegt, die ich in dem Moment brauchte, du hast es wirklich geschafft mit gezielten Fragen mich zu meiner Verantwortung zu bringen, mich zu Entscheidungen zu bringen und vor allen Dingen hast du mir die entscheidenden Impulse gegeben, damit meine Beziehung jetzt viel, viel liebevoller ist und sie wahrscheinlich wegen dir auch gerettet ist. Vielen lieben Dank an der Stelle, ich kann dir nur sagen, also mit dir zusammenzuarbeiten ist eine wahre Freude, dein Geschick mit den Dingen umzugehen, dein Herz und vor allen Dingen deine fröhliche Art haben mich immer wieder weitergebracht und vor allen Dingen auch getragen durch viele schwierige Zeiten in der Zeit, was meine persönliche Entwicklung angeht, aber vielen lieben Dank dafür und deswegen ganz ehrlich, liebe Leute da draußen, die Michaela kann ich an der Stelle wirklich nur weiterempfehlen. Dankeschön.